ARD Text im Auftrag von Funk 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 keine Ahnung Eker gibt es doch nicht am Fenster war der ich habe ihn angeblich nicht einmal getroffen Oh das war ich hinten am Fenster, die hinten rum Wo ist der Alex? Weiß ich nicht, ich sehe gerade nichts Warte ich, hier einmal außen rum Ihr habt noch genug Zeit Nice Fick dich mit deiner Awe, ins Land drin stecken wir Ich hab ihn seine Awe gespendet Jetzt ohne der Hälfte Geld ausgeben, bis zum Geht nicht mehr Kriege ich noch mal die Awe Ich kann mit normalem Gewehr nicht spielen Kann der AK dafür nehmen Nochmal B? Snipes, wir tauschen Alexi So, Gewehr nicht spielen, ey Meine schicke Pit Viper mit drei Aufkleber Oh Gott, da sind schon zwei mindestens B Nein, ich hab da nur einen gesehen I'm gonna live with you to see Da sitzt einer zwischen den Pisten Warte, ich flashe? Achso, ok Glaub ich noch einer Soll ich flashen? Äh, ja Rechts rum, vom Auto, wenn es geht Ah, fuck Tatsächlich auf den Kisten, Alter Gott, ne Nudel Wo war der andere? Der läuft doch da Äh, in der Mitte sitzt einer mit einer Pistole und wartet Halt jetzt, mein SG kommt jetzt über Mitte Einer noch, komm, es macht hier 50 Schaden gegeben Pass auf, Windlow oder so Nice, nice Nice, läuft Good half, guys, good half Yeah, good half, good half Sick, good half Sag der Letzte Ja, good half Ich geh B Wer kommt mit? Ich Welche Waffe ist besser, USP oder 5-7? 5-7 Leute, das schreit du auch spielen Ja Ok, ich würd sagen 3-A, äh, 3-A, 3-B Ja, machen wir So, jetzt nicht mal steppen, nicht mal steppen Alex, komm mit der Ich komm mit dem Arsch vor Ja, ich bin hinten in ihrer Base Ja, die kommen short übrigens, ne, nur mal so Alter Alter Alter, von wo denn ich? Wir leben Alter, ich seh die nicht Hat wer'n Kit? Ja, ich Dann mach'n Nice Alter, wir leben und ich gewinn' Ich hab'ne schöne pinke Peck, nein Nicht mehr Ich geh' nochmal B Ich geh' nochmal B Ich geh' allein gut ist sie aber war 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 wortel mit den autos er kann eigentlich die runde noch gar nicht haben achtet nicht oder neuner zwei leute hat das Boah, wär das ne Explosive gewesen, gell, ey, du hättest die beiden weggerottet. Scheiße. The blind decoy. Oh Gott! Danke. Bomben ist da und Katas. Niiiihiii. Hey. Loool. Voll gemettert. Not you. Au, wie trock. Geschirr ab. Aber. Ich auch. Ich geh Alarm drücken. Wer geht B? Dann geh ich mit B. Ja. Hast du ne Smoke, Alex? Nein. Hab ich nicht. Hat du ne Feuer? Nein. Ich hab nur ne Hochexplosiv. Der hat ne Alarm drücken. Kommen alle hier. Alarm. Ja. Eine. Lassen wir. Keiner sitzt in der Mitte, Kevin. Keiner ist eh nicht. Ja sicher, Alarm. Oh. Alarm. Alter. Alter. Warten wir mal an. Nice. Davon liegt ne Avo bei den Kisten, falls du haben willst. Dich weglaufen. Du hast ne Tork. Äh. Set. Direkt dein Ernst? Bin du sicher? Ich hab die normale, Mann. Ich beneide dich. Was ist die Geld? Alex. Es wär geil, wenn du am Ende der Runde mal ne Avo mitnimmst. Hinter dir. Was ist die denn? Auf einer Kiste da. Komm mal da raus. Da renn, renn, renn. Drück E. Nice. Äh da. Hopp. 22 Kills. Läuf. Toll, jetzt hab ich ne AoG gekauft, Alex. Ich und Marvin sind. Achso. Ja, eh. Ist egal. Ich und Marvin sind die Frech-Fan. Kennen wir mal eine Start-Fick, weißt du? Normalerweise stehe ich noch an. Oh fuck, ich hab mir keinen Kölfer und Tremel gekauft. Miep. Hacke ne Smoke, ne Brand, irgendwas. Nein. Ich hab Alex ne neue AW gekauft. Ich hab gar nix. Außer ne AWP. Und meinen hoffentlich gefahrenen Aiming. Da kommt was Mitte. Weil Alex, du weißt eigentlich, bin ich auch besser, ne? Aber ich kann nur in der Sound so nix spielig. Du guckst, Cutter. Ja, ja, ja. Aber da ist... Nein. Pessig. Einen. Stimmt, das ist die Folge, wo wir dann den ganzen Ausgleich sind. Noch einen. Vielleicht noch raus. Nice. Ich hab grad drauf geschossen. Nein, das war meiner. Ey Alex, du hast die höchste Genauigkeit. Ja, 50% Junge. So, hat das Maut jetzt. Aber wer mir zugeguckt hat, hätte gesehen, dass ich genau drauf war mit dem Brand greift. Ja, ich hab den aber viel früher gesehen. Ja, nein. Ich hab den aber viel früher. Ey, ich werfe den Brand in Katas rein, dass ich winne. Ich werfe den Brand in Katas rein, dass ich winne. Alter, schau mich mal an. Ja, hast du gekriegt. Mhm. Du willst ne Brand reinwerfen, dann werfe ich keine Smoke. Premium. Ohne Flash. Okay. Ehrlich. Waffen. Brauchen wir dauernd. Oh, ich muss noch mal ne Katze machen. Oh, Mitte, ich muss doch grad nachlaufen. Oh, Mitte, ich muss doch grad nachlaufen. Ich mach mal einfach eine Klaue noch ein Buch. Ah, immer noch. So nachvoll. Und eigentlich unsere Katze ist frisch. Ah. 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 Oh, kannst du nach oben gucken? Ach man, das ist doch hässlich. Ich. Ach du bist ja fertig. Halt die Fresse. Halt die Fresse. No Scope. Hahaha, wie geil. Ich hab den No Scope richtig da gemacht. Das ist Katas Marvin. Ah. Er hat noch ein Stück auf der Arbeit. Die Blumen Flash Bank. Was ist denn da? Klappenmesser. Boah, wie kommt der eigentlich da auf den ganzen Vorschlüssel? Weiß es gar nicht mehr. Irgendwie früher als Putzware? Alles Ruhe. Halt mal die Klappe da hinten, Mann. Der ist in seinem Spawn der Saved, Mann. Alter, den hätte ich beinahe in den Rücken geballert. Der sitzt Mitte. Wo? Bei deren Spawn da oben. Ich wollte schnauze was nochmal, Alter. Das ist dumm. Na. Der wollte sich verstecken. Der läuft aber nicht. Ja, dachte ich mir auch so. Steht ja da hinter der Wand und denkt man sieht den nicht. Entscheidungsrunde. Hab gehört, das machen wir. Hast du ne... Ey. Hast du ne Smoke für Katas? Jo. Haben wir gehört, dass wir's machen, gell? Ja. Lass mir mal wieder 4 Kills machen. Noch. Ich kann die verbessern. Bis bis morgen. Danke. Ja. LOL Mitte. Hat selbst zu tun. Noch mehr, Mutter. Ja. Rommel Mitte. Oh Gott, da ist ein Cutter drinne. Nice. Easy. Ja, was waren sie denn? Warum hast du das so schnell mal? Hey, machen wir noch ein, ne? Die waren über eins wirstens. Aha. Na komm, zeig's an. Ja, läuft doch. Dann bis zur nächsten Runde. Haut rein. Ja.